Hi, Vulcan. Wolltest du gerade frühstücken? In der Küche steht meine neueste Erfindung. Teste sie mal, wenn du da bist. Was ist es? Du wirst sie direkt erkennen. Sag mir dann, was du davon hältst, okay? Aha. Bin gespannt, was sie jetzt wieder gebaut hat. Das ist seine neueste Erfindung? Meine Fresse! Die ist ja ganz schön realistisch. Aber ich frage mich, was ich daran testen soll. Ich meine, wie echt die sich anfühlt. Das ist deine neue Erfindung, Blitzbirne! Was, ein Mixer? Schweres Ding. Also, du bist die echte Lisa? Aber was machst du hier? Ich bin nur bei euch, weil ich... Ich bin wegen meiner Heilung hier, sonst nicht. Ach, wenn das so ist, dann herzlich willkommen, Lisa. Du bist das. Ich bin nicht riesig. Das ist die Idee. Ich bin nicht percent самого lustig. Ich bin nicht auf das... Und bitte. Untertitelung des ZDF, 2020